Willkommen zurück zu Sonic Generations. Im letzten Part haben wir die Chemical Plant Zone von Sonic 2 abgeschlossen. Und weiter geht's mit der dritten Stage. Ich hatte angenommen, das wäre die Marble Garden Zone von Sonic 3. Aber dann ist mir eingefallen, anhand der Musik. Das kenne ich doch. Sonic & Knuckles, die Sky Sanctuary Zone. Einer der letzten Zonen. Wir legen los mit dem klassischen Sonic. Das finde ich sehr geil. Eine Warpkugel, sie bringt dich zu einem anderen Bereich. Probier's mal. Ja klar, die Warpkugel kam in der Sky Sanctuary Zone nach jedem Boss. Also da kamen die Retro-Bosse. Oh Gott, selbst in dieser Zone gab's damals schon Retro. Da wurde der Boss von Sonic 1 und 2 nochmal zurückgebracht. Oh, okay. Warnt dich vor einen Abgrund. Oh, die alten Gegner. Oh, verdammt. Ich sollte nicht so übermütig sein. Dieses Behebige. Oh, wir können uns diesmal sogar daran hangeln. Da hinten, das Dead Egg. Das haben wir seit Sonic & Knuckles nicht mehr gesehen. Das ist eine Legende. Sega wollte es nie wieder einbauen. Oh, das hat er jetzt getan. Und ich hab einen roten Ring eingesammelt. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, so schnell wie möglich an das Dead Egg zu kommen, bevor ich tot bin. Okay. Ist unsere Aufgabe und mein erster Tod in dem Spiel. Ist meine Aufgabe eigentlich... Mein Gott. Zum Glück war dieses Ding. Okay, wir müssen so Schalter aktivieren. Ich renn noch immer wieder da rein, ne? Das hab ich Anu 1994 bei Sonic & Knuckles getan. Und das tue ich jetzt auch hier. Der Tradition muss ich folgen. Sieht man mal, dass ich die alten Spiele nahezu auswendig gelernt habe. Oh, geil. Und die Mucke. Moment mal. Da will ich nicht runterfallen. Also los. Ich gebe zu, es ist ungewöhnlich. Sonic, den klassischen... Oh, nee. Das sind die Wolken. Das muss mir mal einer sagen. Das sieht aus wie... Weiß ich nicht. Das sind Wolken. Die sahen aber damals realistischer aus, irgendwie. Damals hat man sie noch identifizieren können. Wow, wow, wow. Machen wir keinen Stress. Jetzt wollte ich die Homing Attack machen. Das geht nicht. Och, wir gehen auch noch in ein Gebäude rein. Ich eben dachte, es wäre Gamma. Aber das sind diese alten Roboter. Ja, Moment mal. Aber damals kam Metal Sonic. Als Bossgegner. Oder er ist mehrmals aufgetaucht in der Stage. Mal sehen, ob es auch diesmal der Fall ist. Hallo. Haha, diese Plattform. I love it. Oh, ich habe gerade wirklich Tränen in den Augen. Also, Leute, die die Spiele nicht kennen, die werden es vielleicht nicht so verstehen und denken, what the F? Aber ich so als... Ja, ich bin damit aufgewachsen. Ich hatte früher keine anderen Spiele. 1994 rum. Ich gebe zu, Sonic 1 und 2 habe ich gespielt. Da war ich noch zu klein. Aber Sonic 3, da habe ich schon richtig... Und in der Grundschule mit den anderen... Bei den anderen gespielt, die es nicht konnten. Oder die halt schon ein bisschen weiter waren. Gab es auch. Ja, ich musste auch klein anfangen. Oh. Besonders die Chaos Emeralds zu finden. Das konnte ich als Kitty gar nicht. Das habe ich in meinen Let's Place dazu ja auch getan. Das T-Deck. Und die Wolken sehen so komisch aus. Ein bisschen schade finde ich, dass die Checkpoints... Das sind noch diese Laternen. Und dann, dass es auch wirklich wie im Modernen zwei Laternen sind. Man hätte beim klassischen Sonic eigentlich so machen können. Das ist auch eine Laterne. Oh Gott, das gab es früher noch nicht. Ah, doch, doch, doch. Das gab es bei Sonic 3 in der Marble Garden Zone. Das war schwierig zu steuern. Heute geht es einfacher sogar. Benutzerfreundlicher. Damit kann man... Boah, nach oben gelangen oder nach unten. Aber ich schaffe es gerade nicht. Aber wenn ich nach links laufe, dann... Ja, ich kann damit auch umdrehen. Was jetzt was bringt, ob ich hier hochgehe? Und die leben müsste. Oh, ich nix kann. Komm, ich nehme den. Jetzt müssen wir umdrehen. Warum das Ding mal abfallen? Das ist mir nicht bewusst. Oh, toll. Okay, geschehen. Gib doch mal ordentlich Stoff, Sonic. So, und jetzt drehst du um. Okay, es lässt sich mindestens genauso blöd steuern wie damals. Aber da sollen wir hoch. So. Fragt mich zwar, was es mit der Sky Sanctuary Zone zu tun hat. Ich gehe davon aus, dass es dann die Marble Garden Zone nicht gibt. Hm, aber in der Tat, wenn ich entscheiden müsste, ob ich die Marble Garden Zone aus Sonic 3 nehmen möchte, oder die Sky Sanctuary, dann ist das hier wirklich schöner mit dem ganzen Wasser und so. Oh, wow, wow. Wow, wow. Ich bin da rein. Ach, ich bin da drin. Ich wollte gerade auf die Plattform da springen. Oh. Singt, 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 singt. Herrlich. Ach, sieht das Spiel nicht genial aus, oder? Jetzt mal eure Meinung in den Kommentaren. Wie sieht das Spiel aus? Und schreibt dazu, ob ihr Sonic-Kenner seid, also ob ihr die Mega Drive-Titel zumindest gespielt habt. Das sind ja die bekanntesten, und eigentlich im Grunde sagt man auch, das sind die besten Sonic-Spiele. Weil die moderneren, offenen Nintendo-Konsolen dann immer noch gut sind, vor allen Dingen für Sonic-Fans. Spaß machen, ja. Aber für die allgemeine Presse... Oh Gott, das... Gleich kommen wir zum Dead Egg. Oh, ich dachte, die Wolken kriege ich nicht mehr. Kommen wir bei allen noch... Oh, das ist sogar noch... Oha! Wie geil es animiert ist! Oh, das war ja am Ende von der Sky Sanctuary Zone, nachdem man Metal Sonic besiegt hatte. Und diesmal war es noch genialer gemacht. Rang B. Oh, wunderschön. Jetzt verstehe ich das auch. Man bekommt diesen perfekt, wenn man nicht einmal gestorben ist. Aber ich bin gestorben. Okay. Sky Sanctuary. Tut schon ziemlich viel einfärben, wenn ihr mich fragt. Illustrationen, die werden wir uns alle anschauen, aber ich will erstmal die ganzen Level zocken. Ich gucke mal, wie rechts weiter geht. Was ist die nächste Zone? Upsi. Können wir nicht weiter. Das sind drei Schlüssel und ein Chaos Emerald. Okay. Sky Sanctuary mit dem modernen Sonic. Bewege dich mit LB oder RB schnell nach links oder rechts. Das kennen wir aus Sonic an Licht. Sehr gut. Du kannst Kisten bewegen, indem du sie schiebst. Oha. Ziemlich dunkel, oder? Ihr Idioten in 3D. Und die Wolken in 3D. Das gibt's doch gar nicht. Ihr habt Einfälle. Spring von Tricks-Promfeldern ab, um Freestyle-Tricks zu zeigen. Führe mit dem Link-Punk-Dick-Tricks auf. Ja, das habe ich doch vorhin schon gemacht in der Green-Hill-Zone. Oh, mon schau. Wenn du nicht richtig aufpasst. Oha, die Wolken in 3D. Da muss man zielen. Ah, nicht geschafft. Cool. Ja, okay, komm. Boom, 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 boom. Yeah, man. Genial. Ist diese Zone nicht wunderbar? Ich komme aus dem Staum gar nicht mehr raus. Boah, das sieht echt geil aus, oder? Jetzt, mir ernsthaft. Schwer scheint das mit modernen Sonic bislang nicht zu sein. Okay, jetzt wird gegrindet. Und das sah episch aus. Haha, und selbst diese festhalte Dinger müssen natürlich sein. In den Tod. Interessantes Detail, wollte ich eigentlich sagen. Der klassische Sonic hält sich seitwärts fest. Und der Moderne guckt nach oben oder gegen die Wand. Schade, dass wir den Dotsmove aus Sonic Adventure 2 nicht ausführen können. Den bin ich nämlich gerade ein bisschen gewohnt von meinem letzten Let's Play. Den will ich ständig ausführen, um höhere Orte zu erreichen. Ihr wisst schon, den wir in der Pyramide bekommen haben. Und den ich auch in der Green Hill Zone bei Sonic Adventure 2 Battle ausgeführt habe. Boah, mit dem Schatten, alles sieht geil aus. Es gibt bestimmt wieder 500 Wege. Wo sind wir jetzt? Sind wir in so einem Turm drin? Den konnte man nie anschauen auf dem Mega Drive. Das ist jetzt was Neues. Klar, es ist ja auch der moderne Sonic. Was, 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 was? Also dieses Fall-Runter-Symbol, das ist neu. Fachzeitschriften haben es kritisiert, dass man... Boah, die Stacheln habe ich echt nicht gesehen. Ich glaube... Fachzeitschriften haben kritisiert, dass man manchmal unfair in den Tod geschleudert wird. Das war allerdings in den Originalen auch schon der Fall. Ich habe mich an das Unfaire gewöhnt. Aber diesmal in der Tat immer Warnungsschilder. Auch diesmal wollte ich den Dots-Ballsprung ausführen. Und jetzt... Ich mache doch andauernd... Ich drücke wie bekloppt der L. Passiert nichts. Ich glaube sogar, ich tue schon zu früh den L-Stick schwingen. Was ist das? Apropos, diese Teleporter, die mir angezeigt wurden beim klassischen Sonic, die sind gar nicht gekommen, gell? Ich habe Leiter in Erschaffen. Checkpoint! Ich finde, diese Level, die sollte man alle intensiver erkunden. Ich mache jetzt erstmal... Ich will nicht sagen, durch Rushen. Ich tue die Level einfach mal schön normal beenden. Ist hier was? Wo geht's denn hier weiter? Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Aha! Was zur Hölle bist du? Es ist so ein Teleporter, oder? Was ist das? Richtig! Yay! Na komm, ich will Metal Sonic noch sehen in dieser Stage. Wow, wow, wow. Immer langsam. Sag mal, Leute, gab es nicht in Sonic... Äh, Sonic Adventure, ja? Gab es nicht in Sonic 2006 auch so eine Zone, die ähnlich war? Da gab es auch so was Himmliches, oder? Ich weiß, dass die Weltuntergang-Stage von Sonic 2006 drin ist. Also, ihr wisst schon, Sonic 2006, das war ziemlich verbuggt und so. Aber die Level, die kann man... Ja, da gab es so eine Stage, die auch so war, so mit römischen Säulen und so. Die war sogar sehr schwer, es war eine der letzten. Oh, oh, okay. Ich dachte schon, ich bin schon wieder Death. Schau dich mal die Hintergründe an. Ah, das ist herrlich. Nicht, dass ich so auf so römisches Zeug stehen würde, aber ich stehe auf... Sonic Sky Sanctuary Zone. Wobei, sowas gab es auch in der Marble Garden Zone. Und in der Marble Zone von Sonic 1. So, ich bin gerade zu blöd und... Achso, da geht's hoch. Sorry. Alter, die Blätter. Ich bin... Ach, herrlich. Übrigens, äh... Ja, jetzt im dritten Part erwähne ich es, aber... Ihr solltet wirklich auf 720p schalten, weil man dann... mehr Details sieht... als bei 360. Ist wirklich so, hier bricht alles zusammen. Das sieht episch aus, Horch. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr lebt eigentlich... Ich tue ja immer bei Sonic Let's Plays glänzen. Halte dich auf Bereichen, die stabil aussehen. Das habe ich grandios vergeigt. Ich konnte mein Sonic Let's Plays ja immer mit Fachwissen glänzen. Ja, toll, aber dann bin ich wieder da unten. Ah, ich verstehe schon. Aber diesmal muss ich halt selbst gucken und erleben. Das war bei Sonic Generations auch der Fall. Ich finde eher bei Sonic... Ach, bei Sonic Colors meint. Ich bin schon ganz wuschig von dem Spiel, welches so geil ist. Aber die Kamera, wie dreht man die? Gar nicht. Aha. Ich probiere es einfach nochmal. Auf den Wege. Okay, ich versuche durchzuretzen. Okay, das waren ja alles stabile Bereiche jetzt. Das geht weiter. Hallo. Jetzt mal ohne Mist. Die Grafik, die macht mich fertig. Ach du Scheiße. Nimm Speed auf. Jetzt... Oh Mann. Das ist so geil inszeniert. Schade, dass wir den legendären Sprung zum Dead Egg nicht bewerkstelligen. Und... Okay, wir retten jetzt Knuckles. Und das finde ich auch gut, dass man jetzt auch angezeigt wird, warum man welchen Rang erreicht und wie gut man ist anhand des Balkens. Das ist eine epische Erfindung. Okay, Freunde, weiter. Lädt, läd, lädt. Wir retten Knuckles. Was zur Hölle? Keine Zwischensequenz, keine normale? Aber bestimmt eine Knuckles-Diskarette-Zwischensequenz. Ich freue mich mal auf seine Synchronstimme. Danke für die Hilfe. War ja nicht notwendig. Aber gut, dass ich Sky Sanctuary wiederhabe. Hm. Was ist das für ein Ort? So weiß und gruselig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh. Oh. Hier geht's weiter. Herausforderungstore sind erst die neue Herausforderungen erwarten dich in jedem Act. Es gibt fünf Herausforderungen in Act 1 und Act 2. Zehn insgesamt. Das sind wie die Embleme in... Okay. Tempo, Technik, Doppelgänger, Freunde, Gegner, Objekt, Ring, Junglier, Junglier? Cool. Na, Knuckles? Es gibt Stellen, wo der Boden unter dir verschwindet. Mach dir nichts draus. Ich kann doch nichts dafür. Okay, Freunde, weiter geht's im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao.